Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog-Video mit eurem Brocken. In diesem Video möchte ich einmal eine lustige, oder ja auch ein bisschen nicht ganz so lustige Geschichte erzählen, die mir 2003 damals passiert ist. Und zwar hatte ich zu dem Zeitpunkt eine Gamecube. Und ja, zu der Gamecube, ich war damals wie gesagt 15, hatte ich das Spiel Mortal Kombat Deadly Aliens. Und ja, das war natürlich im Freundeskreis ein heiß begehrter Titel. Ich meine, man war 15, das Spiel war ab 18 und man konnte einfach mega brutale Finishing-Moves machen. Und ja, das hat natürlich alle erfreut. Und dementsprechend, als ich sie damals dann auch zu meinem Geburtstag eingeladen habe, waren natürlich alle da und haben sich mega auf das Spiel gefreut. Und es war auch ganz cool, wir haben dann halt zu meinem Geburtstag ein Turnier veranstaltet und haben dort eine Menge gezockt. Ja, irgendwann war halt natürlich meine Geburtstagsfeier auch zu Ende, wie es natürlich soweit ist. Und damals mein bester Kumpel, den habe ich 1999 kennengelernt, der hat sich dann so September, Oktober 2003 denn das Spiel von mir ausgeliehen und meinte, äh, kann ich mir das mal ausleihen? Ich habe voll Bock, hier als Mortal Kombat zu suchten. Und ich meine so, ja, klar, ne? Ich so, das ist kein Thema, kannst du dir ausleihen. Habe ich ihm das dann gegeben, er dann halt gezockt, so eine Woche und meinte zu mir so, boah, so geil, so heftig. Hey, ich gehe so ab und wie ich alle zerfetze, ne? Und ja, ich so, ja, genieße das Spiel so. Ich so, hab Spaß einfach dran. Dann war es irgendwann so zwei Wochen, drei Wochen später so. Und dann habe ich irgendwann Bock gehabt, auch wieder Mortal Kombat zu zocken. Und meinte zu ihm so, hey, kann ich mal mein Spiel wiederhaben, so, ne? Und er meinte dann zu mir so, äh, ja, kannst du vorbeikommen und dein Spiel abholen? War schon ziemlich strange, also klang schon ziemlich seltsam, ne? Gut, ich meine dann so, ja, kein Thema, so wann soll ich denn vorbeikommen? Äh, ja, wann es dir passt, ne? Ich sag so, ja, okay, äh, dann komme ich morgen rum. So, nächsten Tag, ich dann rumgekommen zu ihm, das war am Samstag, ich erinnere mich nämlich noch, das war am Wochenende. Ich bin auf jeden Fall hin und, ja, kam hin, so, Spiel, Verpackung, lag alles da. War alles fertig, so, ne? Ich dann so, oh, nice, Bruder, geil, ne? Aber so wie ich halt immer bin, ich hab dann halt die Verpackung aufgemacht, Spiel war auch drin, ich draufgedrückt, dreh um, da war ein Kratzer drin, einmal ringsrum, komplett so, grrrr. Also, das war, die ganze Unterseite war komplett der ganze Kreis, alles zerkratzt, richtig. Und ich konnte den Fingernagel reinstecken, das war so, ich weiß nicht, locker Millimeter. Also, das war nicht irgendwie so, okay, das ist jetzt mal runtergefallen und da ist ein ganz kleiner, dünner Kratzer drauf, der nichts bewirkt, sondern da war wirklich Millimeter-Kratzer komplett drin. Und ich so, hä? Ich guck ihn so an. Ähm, ich so, willst du mich gerade verarschen? Ähm, er so, äh, nee, wieso? Ich so, hast du mal die Unterseite meiner CD angeguckt? Die ist kaputt. Er so, äh, ja, da ist mir was ganz komisches passiert. Das muss ich dir auch erzählen. Ich so, ja, da bin ich jetzt gespannt. Ich sag so, weil die ganze CD ist zerkratzt, Mann. Ich sag so, da bin ich jetzt echt gespannt. Was hast du damit gemacht? Ich so, hast du mit einer Nadel da rumgedreht, mit einem Messer rumgekratzt? Ich sag so, oder was hast du da gemacht? Nee, nee, pass auf. Das war ganz, ganz strange. Ich hab richtig Schiss gehabt. So, ne, ich so, okay. Ich so, dann erzähl mal. So, meinte er so, ja, ne, ich saß bei mir im Zimmer, hab gespielt. Ich so, okay. Ich saß also hier irgendwo. Er so, ja, hier in diesem Stuhl. Er hatte so eine Art Schaukelstuhl, ne, so fast, so nicht wie Oma-mäßig, so ein bisschen moderner schon. Und seine Gamecube stand halt so mitten im Zimmer. Und meinte er so, ja, da hab ich so gechillt, hab gezockt, ganz normal, so ein Mortal Kombat. Und plötzlich hab ich mich gewundert, sagt er zu mir so, es wurde so heiß und so warm. Ich so, okay. Ich sag so, und dann? Ja, dann hab ich gemerkt, so die Hitze, die kommt von der Gamecube, ne? Ich so, okay. Ähm, weiter. Er so, ja, dann hab ich das Spiel, hab ich aufgemacht, die Klappe. Und da war kochend heiß, sagt er. Ich hab die Klappe aufgemacht, hab das Spiel rausgenommen. Er sagt so, und dann? Der Laser, der bei der Gamecube da drin ist, der Spiel, er liest. Ich so, ja. Ey, der war rot, der Strahl. Der war so ein richtiger Laserstrahl. Weißt du, so wie bei Star Wars erzählt hat er mir. Ich so, bist du mich bescheuert? Ich so, willst du mich jetzt verarschen? Er so, nein. Das war so ein Laserstrahl. Und der ist an die Decke gegangen. Guck mal, da oben. Da hab ich sogar noch, da ist noch sogar alles schwarz. Es sah aus, als hätte er so mit einem Feuerzeug dagegen gekurkelt an der weißen Decke. Ich so, hä, willst du mich veräppeln? Ich so, hast du mit einem Feuerzeuger und Streicherlz oder irgendwas gemacht? Er so, nein. Ich hab die Gamecube angemacht. Wie gesagt, die war ja an. Und dann, wie gesagt, hab ich da gespielt. Und dann kam dieser Laserstrahl da raus. Und ich hab das Spiel umgedreht und das war alles zerkratzt. Und das tut mir so leid, Mann. Und das war richtig heftig. Wie gesagt, das hättest du sehen müssen. Das war so ein roter Laserstrahl. Ich so, er willst du mich verarschen? Ich so, ein roter Laserstrahl. Er so, ja, wie bei so Star Wars Laserschwertern. Ich so, willst du mir das erzählen? Die haben bei deiner Gamecube einen waffentauglichen Laser eingebaut. Er so, ja, wie gesagt, ich hab die noch umgetauscht. Und eine neue habe ich jetzt ja bekommen. Ich so, dein Ernst? Was hast du zu denen gesagt? Ich so, das ist doch die gleiche. Das ist doch nicht die neue. Doch, das ist eine neue. Ich hab die umgetauscht. Ich so, bist zum Verkäufer und hast gesagt, ich hab die angemacht, da kam ein Laser raus oder was. Ja, ich hab dir das erzählt. So, ja, ich hab die ja gespielt. Und plötzlich kam der Laserstrahler raus. Und das war alles heiß. So, ich sag so, Lasers tausende Grad heiß. Ich sag so, erstens, du wirst in deinem Zimmer verkocht, Mann. Ich so, zweitens, die Gamecube, das Spiel, dein Controller, dein Zimmer, alles wäre geschmolzen und hätte gebrannt. Ich sag so, sag doch einfach ehrlich. Du hast, was weiß ich, hast dich mit Absicht kaputt gemacht, weil deine Mutter dir das Spiel nicht gekauft hat. Oder, oder. Ich sag so, aber sei ehrlich. Ich sag so, lüg mich nicht an. So, ne. Und er dann so, nee, ich lüge ja nicht. Ich sag ja, die Wahrheit. Es ist ja so gewesen. Und ich mein so, nein, Mann. Im Leben nicht. Ich sag so, im Leben kam da kein Laserstrahl raus. Ich sag so, wäre das so gewesen. Ich sag so, dann wäre dein ganzes Zimmer weg, deine Gamecube geschmolzen. Ich sag so, das Spiel wäre flüssig, Mann. Ich sag so, dann wäre nicht nur ein oben bei deinem Stein ein schwarzer, verkohlter Fleck. Ich sag so, der Laserstrahl wäre oben durch diesen kleinen Beton, äh, durchs Beton durchgegangen, hätte dein Nachbarn da oben, Alter, gegrillt. Ich sag so, das wäre wahrscheinlich noch komplett oben aus dem Dach raus. Das hätte ich wahrscheinlich noch irgendwo gesehen. So, weißt du. Und er dann mir das halt versucht, so zu erzählen. So, nein, das war so. Und das ist wirklich so passiert. Und ich sag so, weißt du was? Ich sag so, du kriegst von mir keine Spiele mehr, Mann. Ich sag so, wenn du mich hier anlügen müsst, wenn du ein Spiel von mir kaputt machst. Ich sag so, dann lügst du mich so an. Ich sag so, dann kriegst du keine Spiele mehr von mir. Haust du rein. So, nein, das war ja wirklich so. Und ich so, nein. Ich sag so, wenn es so gewesen wäre. Ich sag so, dann wäre hier alles verkohlt in einem Zimmer. Ich sag so, dann hättest du auch nicht dahin gehen können und die Gamecube mir öffnen können. Ich sag so, wenn da wirklich so ein Laser drin gewesen wäre, bevor du die Gamecube-Taste gedrückt hättest, wäre dein Finger verkohlt. Und da muss ich echt sagen, eine krasse Geschichte, wie gesagt, glaube ich bis heute nicht dran. Das ist einfach absurd, Leute. Glaubt ihr an sowas? Meint ihr, ist es wirklich passiert, dass sein Gamecube plötzlich einen waffenfähigen Militärlaser gehabt hat und alles auch rot rausgestrahlt hat und die CD hat nur einen Millimeter Kratzer bekommen und ihm ist natürlich nichts passiert und sein Zimmer war heile und seine Gamecube hat natürlich auch nichts abbekommen. Er konnte sich ja umtauschen, weil dann nur der Laserstrahl rauskam. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Was ist so eure Meinung dazu? Wie hättet ihr euch verhalten? Also klar, ich bin ein bisschen sauer geworden. Heute denke ich darüber natürlich immer noch ein bisschen sauer drüber nach. Aber es ist an sich eine lustige Geschichte, mit der ich euch einfach mal unterhalten möchte, euch das einfach mal so erzählen möchte, was da abgeht. Überlegt euch das, Leute. Schreibt es einfach mal so ein bisschen in die Kommentare. Lasst uns mal darüber ein bisschen Smalltalk führen. Wie denkt ihr darüber? Was ist so eure Meinung dazu, dass wenn ein Freund euch so eine Geschichte erzählt hätte, dass euer Spiel so kaputt gegangen wäre oder ist? Wie hättet ihr da reagiert? Ja, wenn euch das lustige Vlog-Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, dann weiß ich das. Und ansonsten könnt ihr jederzeit gerne in die Kommentare was schreiben, wenn ihr Bock darauf habt. Ja, und wenn ihr von mir nichts mehr verpassen möchtet, so könnt ihr jederzeit gerne unten rechts einmal auf Abonnieren drücken, dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was ich gerade wann, wie und warum mache. Ansonsten wünsche ich euch allen auf jeden Fall noch einen schönen, angenehmen Tag. Haut da rein. Ich bin raus. Euer Brocken. несen wünsche ich euch allen